Man freut sich ja umso mehr, wenn man an der Ladesäule fährt und sie ist auch wirklich frei. Aber man ärgert sich zehnmal mehr, wenn sie besetzt ist. Und dafür gibt es ja einen Trick oder ein technisches Tool. Aber ob das immer funktioniert, ist auch so eine Sache und das schaue ich mir jetzt heute in dieser Folge mal an. In verschiedenen Apps wird nämlich angezeigt, ob eine Ladesäule frei oder besetzt ist. Die große Frage ist aber, wie aktuell ist das? Ich bin schon an der Ladesäule gefahren, da war frei angezeigt und dann war sie aber besetzt. Also es gibt da wohl irgendeine Zeitverzögerung und jetzt habe ich ein paar Minuten Zeit und will das einfach mal ausprobieren mit Stoppuhr, um zu schauen, wie lange es denn wirklich dauert, bis diese Anzeige auf der App umspringt. Ich zeige dir gerade mal, was ich meine. Ich stehe jetzt gerade hier neben einer Ladesäule und die hat hier so einen grünen Punkt. Das bedeutet, dass da mindestens ein Anschluss auch frei sein sollte. Er ist auch frei, ich stehe ja gerade daneben. Und außerdem kann man das auch auf verschiedenen Apps sehen. Ich nehme jetzt einfach mal die WeCharge-App und die E-Laden-App, weil E-Laden ist eine App von den Stadtwerken Weinheim und ich stehe gerade vor einer Stadtwerke-Weinheim-Säule. Vielleicht geht es ja da am schnellsten. Und dann schauen wir noch auf die EnBW-App. Die hat ja jeder auch irgendwie. Also mein Plan ist folgender. Ich zeige dir das in den Apps nochmal, wie das aussieht. Da werde ich anstecken und eine Stoppuhr starten und alle paar oder jede Minute oder so einfach mal in die Apps reingucken, um zu schauen, ob da jetzt angezeigt ist, dass ich diese Ladesäule besetzt habe. Das hier ist die E-Laden-App von der Stadtwerke Weinheim. Das ist so ein Verbund, das geht auch für andere Stadtwerke. Ich kann hier draufdrücken auf meine Ladesäule und hier unten wird dann angezeigt, frei, frei. Also an dem 1 von 1, an dem grünen, sieht man, dass es frei ist. Bei der WeConnect-ID-App sieht es so aus. Da das Auto daneben steht, muss ich ein bisschen reinzoomen. Kann es hier auch anklicken. Und dann steht hier unten auch, jetzt habe ich auf mein Auto geklickt, ich muss noch ein bisschen reinzoomen. Ich kann nicht mehr reinzoomen, muss ich also mal schauen, dass ich hier das auch erwische. Eben. 2 von 2 verfügbar steht hier. Und das hier ist die NBW-App und hier steht auch gleich 2 von 2 verfügbar. Alle hopp, dann stecken wir mal ein und starten die Stoppuhr. Falls es irgendeine technische Bewandtnis hat, wir laden mit der V-Charge-Karte, vielleicht hängt es ja auch damit irgendwie zusammen. Ach so, ja, und das ist ja natürlich nur ein Versuch. Ich weiß nicht, womit das technisch zusammenhängt, welche App das als erstes meldet und wie lange das dauert. Wenn du da irgendwelche Informationen hast, schreib die doch bitte als Kommentar drunter. Und wenn du noch mehr Informationen drüber suchst, dann schau in die Kommentare. Da sind oft interessante Sachen natürlich zu finden. Stecken wir es mal ein jetzt. Die Erkennung ist hier immer wirklich sauschnell. Einfach kurz dran haben, das reicht schon. Dann kann man die Karte wieder aufräumen. Und Stoppuhr starten. Die Uhr läuft, jetzt sind gerade mal 16 Sekunden vorbei. Aber schauen wir doch mal, was unsere verschiedenen Apps jetzt schon anzeigen. Bei der Gelegenheit wollte ich Tronity erwähnen. Du weißt, dass ich alle meine Daten bei Tronity trage, also die vom Auto, wann lade ich, wie weit fahre ich und so weiter. Da mache ich jetzt auch wieder ein paar neue Videos dazu. Und ich habe da auch einen schönen Code für dich, mit dem du da 25% sparst. Ich schreibe es unten in die Beschreibung vom Video rein. So, was zeigt denn das VW-System an? Auch ein bisschen drauf gehen, anklicken. Zwei sind hier noch frei. Oh ne, es lädt neue Daten. Ja, es sagt aber immer noch, zwei von zwei sind frei. Obwohl ich jetzt schon seit 46 Sekunden dranhänge. Also so schnell geht es da nicht. Was sagen denn die Apps? Hier ist die E-Laden-App. Das ist noch die Anzeige von vorhin. Mal gucken, aktualisieren. Weiß ich nicht, ob er das macht. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Und noch einen Schritt zurück. Nein, nicht beenden. Ich gehe einfach mal auf eine andere Ladesäule. Und jetzt wieder auf die, auf der ich gerade stehe. Und hier zeigt er an, eins von zwei. Also, hier hat es schon funktioniert. Und zwar, die untere ist besetzt. Und die Stoppuhr sagt 1,46. Die Stoppuhr sagt 1,46. Also kann man nichts sagen. Innerhalb von zwei Minuten war das hier aktuell. Also ist eigentlich super. 1,46 und das war aktuell. Gucken, was jetzt noch die V-Charge App und die NBW App machen. So, hier haben wir die V-Charge. Ich muss wieder rein zoomen. Dass ich nicht das Auto anklick, sondern die Ladesäule. Ah, verdammt. Ich muss das mit dem linken Finger machen. Linken Daumen. Daten werden abgerufen, wo auch immer. Eins von zwei verfügbar. Also passt hier auch schon. Was sagt NBW? NBW zeigt hier gleich in der Begrüßung 1 von 2 an. Also auch super. Ich weiß jetzt nicht genau, wann, wie Chargen NBW umgeschaltet hat. Aber es war definitiv dann auch unter 3 Minuten 20 Sekunden. So, was macht VW Navi? Das zeigt hier immer noch 2 von 2 Freiern. Aber das ist ja von vorhin. Auch da, ja, tue ich mal irgendwie aktualisieren. Indem ich vorher mal jetzt noch irgendeine andere Ladesäule anklicke. Da oben ist eine. Nehmen wir mal die kurz. Und gehen wieder raus. Und nehmen die hier. Ich kurz so angeklickt. 1 von 2. Also klappt jetzt hier auch. Also ich bin jetzt doch sehr positiv überrascht. 4 Minuten 17 läuft jetzt hier der Vorgang. Und innerhalb kurzer Zeit waren hier alle Systeme eigentlich richtig eingestellt. Ich frage mich aber. Also irgendwie habe ich aber auch, bin ich schon an Ladesäulen gekommen. Da war die Anzeige, dass es frei ist. Und es war besetzt. Das ärgert natürlich noch mehr. Ist dann gerade einer von mir knapp vor mir gekommen und hat eingesteckt? Oder sind es Leute, die eingesteckt sind und einfach nicht mehr laden? Wo einfach schon ein paar Stunden stehen und das Akku ist vielleicht voll? Oder ist manchmal die Verzögerung doch ein bisschen länger? Also mich würde wirklich deine Meinung interessieren, was da der Grund sein könnte. Aber auch, mit welchem Trick man das noch besser rauskriegen würde. Denn es ist schon doof, wenn man das einplant, an der Ladesäule fährt und die dann voll ist. Allahopp, das soll es gewesen sein. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao.